Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepp und ich heiße euch herzlich willkommen zu Interview mit einem Vampir. In blinder Nostalgie schaltete ich meinen Fernseher ein und fremdete zwei Stunden lang Interview mit einem Vampir. Was mir als stimmungsvolle Erzählung über die Jahrhunderte in Erinnerung geblieben war, entpuppte sich als langatmiges Gejammer von Louis, der alles und jeden bemitleidet, an erster Stelle sich selbst. Und was für ein Gejammer das ist, Louis traut von der ersten Zeile seiner Erzählung, erst um seine Frau, möchte dann sterben, entscheidet sich im entscheidenden Moment dagegen und bemitleidet fort an seine Existenz. Ein einfacher Mittagsspaziergang hätte sein Existenzproblem gelöst. Louis wurde von Lestat zum Vampir gemacht, weshalb er ihn unentwegt anklagt, verabscheut, verrät und vermeintlich tötet, nur um dann darüber zu klagen, dass er ihm Unrecht getan hat. Louis will sich als Vampir nicht an Menschen vergreifen, isst Tiere, wird schwach und beginnt schließlich zum Einstieg mit der zehnjährigen Claudia. Lestat vollendet Louis' Werk und da nun Claudia für immer im Körper einer zehnjährigen Gefangenen ist, kann Louis auch sie beklagen. Langsam wird aus der stimmungsvollen Erzählung eine schwermütige Geschichte, in die die Autorin Anne Rice all ihre melancholischen Gefühle reingepresst hat. Doch dies ist erst der Anfang. Nachdem Louis Lestat verraten hat, lässt er zu, dass Claudia ermordet wird. Er lässt Armand zurück und zieht noch den unbescholtenen Journalisten Malloy in die Sache mit hinein. Louis geht somit sicher, dass er für die nächsten Jahrhunderte genug zu jammern hat und kann in Ruhe seine Existenz weiter fristen. Dafür punktet die Erzählung mit ihrer unbestechlichen Logik. Louis zeigt in keiner einzigen Szene, dass er stark, eloquent oder ein guter Gefährte wäre. Dennoch biedern sich im Lestat Claudia und Armand an. Das kennen wir aus der Schule, die weinerlichen Kinder sind immer die beliebtesten. Kreuze und Knoblocher sind Humbug, aber ohne Sarg kann kein Vampir schlafen, da bleiben keine Fragen mehr offen. Und schließlich urteilen noch Pariser Vampire über Louis, der ihre Regeln nicht kannte, nehmen ihn gefangen und lassen ihn Momente später einfach wieder gehen. Nur weil sie jetzt Claudia, seine jahrhundertelange Gefährtin getötet und ihn kopfüber eingemauert haben, konnten sie schließlich nicht ahnen, dass er sauer ist und sich an ihnen rächen möchte. Und nach dem ganzen Leid und Gejammer möchte der Journalist Malloy tatsächlich auch selbst ein Vampir werden. Wie sehr hätte Louis noch jammern sollen? Selbst der wiedererwachte Lestat sagt am Ende Vampire sollen durch ihre Gier leiden und zu Melancholie tandieren, doch nach außen sind sie edlige Schöpfe der Nacht und keine weinerlichen, unentwegt jammernden Weicheier. Zumindest die Hintergrundgeschichte reißt den Film wieder raus, Louis folgt unentwegt den Red Herren fragen, woher kommen die Vampire und wie sie ihre Fähigkeit entwickeln. Und als er endlich auf Armand trifft, der ihm zumindest einige Antworten geben könnte, hat er keine Lust mehr und reißt ab. Zumindest findet man im Buch Chronik der Vampire einige Informationen mehr. Liebe Sturm, trotz der Segel mehr straff halten und auf zum Horizont!